Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing und zwar diesmal die Überwachungskamera von Imo und zwar der Ranger Pro ist das. Den wollen wir jetzt mal auspacken und uns mal angucken. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Die Große kam jetzt gerade nach Hause von der Schule. Also Ranger Pro von Imo. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Imoo oder so. Imoo oder so. Ich hatte die auch schon mal ausgepackt. Wie gesagt, ja, ich hatte in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner SIM-Karte, mit der Kamera, mit allem drum und dran. So, dann machen wir die mal hier hinten. So, da haben wir einmal ein Heft, mit dem was mit bei ist, in mehreren Sprachen. Steht das auch da, welche welche ist. Englisch, Deutsch und andere Sprachen. So, dann haben wir im Hardware-Video werden wir die dann mal anmachen. Und gucken, ob wir uns damit verbinden können. Die soll bei mir am Flur denn hin. Da haben wir hier einmal Schrauben und Dübel, damit man sie an der Wand machen kann oder an die Decke. Das ist mit bei. Dann einmal ein Wandadapter. Ein USB-Kabel, den hatte ich auch noch nicht ausgepackt. Den packe ich jetzt mit euch das erste Mal aus. Der ziemlich lang ist. USB auf Mini-USB. Ziemlich lang, wie ihr seht. Damit wir den auch schön irgendwo ran machen können. So, hier ist es. Dann ist es halt so eine Styropor-Art, wo die drin ist. Damit sie nicht kaputt geht. Unten ist halt auch so ein Ding drin. Dann haben wir hier Folie drüber. Die hatte ich schon abgemacht. Die habe ich dann einfach nochmal drauf gemacht. Weil ich hatte Angst, dass sie zerkratzt. Die Kamera. So. Und da ist ein gutes Stück. Da ist die Linse drin. Seht ihr das? Und hier hinten haben wir auch noch so ein Teil. Das wir halt an die Wand machen können. Und das wir halt auch jederzeit abnehmen können, wenn da was sein sollte. So. Und dann haben wir hinten einmal den USB-Anschluss. Eine Micro-USB. Ach Quatsch. Eine Micro-SD-Karte können wir reinmachen. In LAN-Anschluss. Und... Ja, eine Reset-Knopf. Da. Und die soll halt 360 Grad gehen. Steht hier auch irgendwo. 1080p Kamera ist das. Seht ihr das? Seht ihr das? Und wenn wir die andere Seite nehmen, geht es so rum. Und innen drin, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hier, da ist die Kamera, die geht dann auch bis hier runter. Also wenn ihr das so macht, kann die sich halt komplett drehen und hier runter gehen. Das werden wir uns dann nachher alles mal angucken. Das soll jetzt soweit zum Unboxing gewesen sein. Wir werden jetzt den USB-Kabel noch abmachen und die dann gleich im Hardware-Video mal an den Strom klemmen. Also der sollte definitiv für eine Weile reichen. Ist richtig, richtig, richtig lang. So. 1080p. Ich bin mal gespannt, wie gut das 1080p aussieht. Ihr wisst ja selber, 1080p ist nicht immer gleich 1080p. Es gibt da leider 1080p, was dann eher so wie ein schlechtes Bild aussieht, aber nicht mal 720p würdig ist. So. Einmal drin steckt und das werden wir gleich im Hardware-Video dann machen. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn es euch gefreut hat, das Unboxing dann Däumchen während Träumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir denn die das erste Mal anmachen werden. Gucken, ob wir sie betreiben können ohne LAN-Anschluss oder ob wir den unbedingt brauchen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da ist eine Antenne eingebaut. Wenn nicht, müssen wir gucken, wie wir das machen. Dann würde ich sagen, bis gleich im Hardware-Video. Ahoi. Das hat euer Odin.